Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein kleines Reaction-Video. Und zwar nicht nur ein Reaction-Video, sondern der Ausblick auf 2023. Ja, der November ist zu Ende. Oder wenn das Video rauskommt, müsste er zu Ende sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Deswegen blicken wir mal zurück auf das Jahr 2023, was ich letztes Jahr, wenn wir mal ganz kurz gucken, ich glaube, 15. Dezember habe ich es hochgeladen. Können wir mal so eine kleine Reaction darüber machen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und wir schauen mal so, wo hatte ich absolut recht, wo lag ich absolut falsch. Schauen wir uns das alles mal ein bisschen genauer im Detail an. Und gerne, wenn ihr Bock drauf habt, werde ich auf jeden Fall nochmal so einen Ausblick für 2024 machen. Je nachdem, ob ihr Bock drauf habt. Deswegen schreibt jetzt schon mal unten in die Kommentare rein, ob ihr Bock darauf habt, was so meine Gedanken sind für das Jahr 2024. Wo sehen wir möglicherweise Bitcoin? Wo sehen wir den generellen Kryptomarkt nächstes Jahr? Steht nächstes Jahr auch viel an? Also schreibt das gerne unten mal in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir eigentlich direkt durch und hören uns möglicherweise den Mist, den ich vor einem Jahr geschmarrt habe, mal ein bisschen genauer an. Direkt durch. Ja, das Jahr neigt sich so langsam den Ende zu. Viele Prognosen kommen mit so langsam aber sicher raus. Ja, was wird in 2023 passieren? Was macht die FED? Was passiert mit dem Bitcoin-Kurs? Was macht ein Bullenmarkt? Was macht ein Bärenmarkt? Das alles werden wir uns im Dezember angedeutet. Wo wir dann unser Top letztes Jahr gebildet haben, November, Dezember. Dann ging es bergab. Zinsen mittlerweile bei viereinhalb Prozent. Angestiegen in den USA, auch in der EU. Überall werden die Zinsen nach und nach erhöht. Es gab... Naja, das war ja absehbar. Zumindest, dass die Zinsen noch ein bisschen höher sind. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei 5,25 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Da war es noch absehbar, dass sich das alles noch ein bisschen hinzieht. Es gab eine FTX-Pleite. Es gibt, was weiß ich, was noch alles pleite war. Viele Shitcoins. Stimmt, FTX war ja auch noch. Etc. PP. War dieses Jahr... Also wir haben ein spannendes und sehr negatives Jahr hinter uns. Natürlich auch Krieg, was natürlich auch die Kurse zusätzlich nochmal beeinflusst hat. Energiekrise, steigende Transportkosten, etc. PP. Alles haben... Ist schon krass, wie... Das ist jetzt schon wieder alles ein Jahr her. Wobei man die Nachwirkungen natürlich immer noch hat mit Inflation, mit Energiekrise. Neuer Krieg, Palästina, Israel ist auch noch dazugekommen. Also eigentlich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückblicken, trotz allem Bitcoin 100 Prozent gestiegen, muss man schon gut sein lassen. Also so ein Asset erstmal zu finden und vor allem das Risiko einzugehen, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Wir haben dieses Jahr jetzt hinter uns gelassen und trotzdem hält sich Bitcoin bei 17.000 US-Dollar. Klar, was heißt trotzdem? Wir sind unter unser Low vom letzten Top gefallen, passiert. Wir sind weiterhin in einer schönen Falling-Redge-Formation, was uns etwas Hoffnung geben könnte für das Jahr 2023. Aber trotzdem sollten wir auch ein bisschen auf die Risiken eingehen. Klar, wir können jetzt gleich mal damit anfangen, wo haben wir es denn, was die FED gesagt hat. Gestern war FED-Sitzung, ich denke das Video wird heute auch noch im Laufe des Tages online kommen. 4,5 Prozent haben wir jetzt einfach einen Leitzins in den USA. Das hat natürlich die Märkte wieder ein bisschen beeinflusst. Die Rede an sich war nicht wirklich bullisch. Es war eher ein bisschen hawkisch, also bearish gerichtet. Sie wollen die Zinsen länger auf 5,1 Prozent. Also das ist das vorübergehende Top. Darauf gehen wir erst mal ein. Das vorübergehende Top hat sich aber gut gehalten. Muss man echt dazu sagen. Also 5,1 Prozent oder wo wir halt jetzt eben jetzt gerade sind. Ja, eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also hat sich wirklich gut so gehalten. Jetzt ein Jahr später. Und 5,1 Prozent. Natürlich, die Inflation ist immer noch hoch mit 7,1 Prozent in den USA. Die wird meines Erachtens nach aber trotzdem relativ flott fallen. Und warum ist das so meine Ansicht? Weil wir einfach einen Ölpreis haben. Also nur als ein Beispiel. Wir können es auch mit dem Gaspreis, wir können es mit dem Weizenpreis, wir können es mit allem drum und dran machen. Auch mit den Transportkosten, die natürlich durch diesen ganzen Ukraine-Krieg im Februar in die Höhe geschossen sind. Da waren wir bei knapp 125 US-Dollar pro Barrel Öl. Seitdem sind wir jetzt deutlich gesunken und tendieren es glaube ich so in dem 80er-Bereich. Da oben sehen wir das Brand bei 82, WTI bei 76. Also fast 40 Prozent einfach niedriger. Wo wir jetzt, sag ich mal, vor einem Jahr dann ungefähr waren, sollten wir diese Preise halten. Und danach sieht es momentan aus, weil der Ölpreis deutlich nachgelassen hat. Und ich denke auch noch, dass es noch ein bisschen tiefer geht. Wird sich das natürlich auch auf die Inflation. Inflation müsste denken, ist immer ein Jahr rückwirkend. Das heißt, die Inflation, die dann bemessen wird im Gegensatz zum Vorjahr, wo dann im Februar, März kommt, wird wahrscheinlich deutlich niedriger sein. Was dann natürlich auch die FED wiederum dazu bringen könnte, okay, wir haben jetzt unser Inflationsziel vielleicht von 2 Prozent. Da muss ich echt sagen, hat gepasst. Also da bin ich zufrieden mit. Inflation ist runtergegangen. Ich glaube, wir haben momentan 3,2 Prozent oder 3,5 Prozent irgendwie so. War schon ganz gut. Und das mit dem Ölpreis, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist auch immer so ein guter Indikator. Das kannst du aber natürlich, wie ich es auch da drin im Video gesagt habe, mit Weizenpreis, Transportkosten und sowas. Ist klar, alles, was hochkommt, fällt früher oder später wieder. Das waren halt diese Sondereffekte. Natürlich auch mit Ukraine-Krieg etc. PP, warum alles dann durch die Decke gegangen ist. Man sieht es auch normalerweise auch an den Strompreisen. In Deutschland, du kannst mittlerweile wieder Verträge abschließen. Bei 25 Cent pro Kilowattstunde. Vor einem Jahr waren wir bei 40 oder sowas. Und deswegen macht man auch immer noch diese komische Bremse. Wobei die jetzt zurückgenommen wurde. Zu Recht, meiner Meinung nach. Und Zinsen, die höher sind als die Inflation, das ist natürlich auch nicht gewollt. Weil die Inflation ja immer 2% eures Vermögens einfach auffressen soll. Wie, wo, was, Begründung. Gibt es keine. Hauptsache 2% jedes Jahr ein bisschen weniger. Aber so ist die Begründung. Wenn du arm bleibst, dafür sind diese 2% jedes Jahr. Und da kann er noch sagen, wir haben noch viel zu tun oder Sonstiges. Was er will, ist lustig. Bei jeder Fettsetzung sagt er ja das Gleiche. Das hat er vor einem Jahr schon mal gesagt. Also diese Fettreden, ich weiß, warum wir uns die einfach nicht mehr angucken. Weil es absolut unnötig ist bis zum Gehtnichtmehr. Bild, sie gehen erst 2024 davon aus, dass wir 4,1% runtersenken werden. 2023 soll es dann noch mal ein bisschen tiefer in den 3%-Bereich gehen. Glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Der Arbeitsmarkt ist zwar noch relativ stark. Die Frage ist nur, wie lange können sich diese Arbeitsmarkten überhaupt noch so halten. Das ist dann auch wieder so ein Punkt für nächstes Jahr, der uns dann eventuell auch noch mal zu Verhängnis werden könnte. Beziehungsweise für uns ist es dann positiv, wenn die Arbeitslosenzahlen weiterhin steigen. Da muss ich noch mal einhaken. Natürlich hat man jetzt so über das ganze Jahr so gesehen, ja, Arbeitsmarkt relativ stabil noch. Alles schön und gut. Aber ich glaube, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, auch für einen möglichen Ausblick 2024. Und ich glaube, da könnten uns noch ein paar böse Überraschungen bevorstehen, was auch die Zinspolitik beeinflusst. Aber trotzdem, es wird, ich denke mal so die ersten, ich sage jetzt mal 2, 3, 4 Monate, oder sagen wir einfach mal so grob das erste halbe Jahr, könnte noch mal heftig werden, meines Erachtens. Viel Seitwärtsphase, vielleicht noch mal mit einem Dump, um noch mal ganz kurz auf den Chart zurückzukommen. Die 13k oder einfach noch mal ein Lower Low, so in dem 14k-Bereich, sind meines Erachtens noch nicht raus. Ihr kennt diese grüne Zone aus den ganzen Videos und so, diese 12, 13k einfach hier unten, wo wir noch so ein kleines Void haben. Diesen Bereich würde ich gerne einfach noch drin lassen. Gehe ich auch möglicherweise, das ist wirklich mein All-Time-Low, einfach wo ich jetzt davon ausgehe, dass es möglich ist, dass wir hier einfach noch konsolidieren, über Monate und dann vielleicht erst unser Breakout kriegen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem das zweite halbe Jahr, das zweite halbe Jahr 2023 deutlich bullischer wird. Da muss ich sagen, war ich, wurde ich auch damals, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen belächelt, was das Ganze anbelangt. Also viele haben ja gesagt, nee, wir werden niemals irgendwie einen Run oder sowas sehen. Wir werden vielleicht auf 24, 25k oder sowas gehen. Schön und gut, guckt euch jetzt den Bitcoin-Preis an. In dem Sinne, absolut recht, dieses Falling-Redge hat perfekt ausgespielt. Wir hatten zwar nicht diese 12, 13k. Ich habe aber auch in dem Video dazu gesagt, das ist mein absolutes Lower-Low, was es geben kann oder sollte. Alles darunter wäre katastrophal gewesen. Wir haben dann nochmal dieses Lower-Low bekommen. Wie in dem Video da auch gesagt, es war perfekte Akkumulation in dem Bereich. Ihr könnt euch vielleicht Anfang des Jahres daran erinnern. In diesen Zonen zu kaufen, war wirklich beste Entscheidung überhaupt. Wir hatten dann zum Jahreswechsel wirklich diesen Trendwechsel auch. Und dann wirklich längere Zeit Konsolidierung. Und dann, ja, wirklich diesen Run. Wir waren jetzt auf 38.400 US-Dollar, grob jetzt mal geschätzt. Ich werde später noch was in diesem Video dazu sagen. Aber an sich muss man wirklich sagen, hat es wirklich gepasst. Also was das anbelangt, natürlich die 12, 13k sind nicht gekommen. So fair muss sie auch sein. Aber das war auch wirklich mein Mini-Mini-Minimum. Aber diese Zonen hier unten allein mit dem Pattern, da finde ich auch Pattern, ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund, aber auf Daily-Weekly-Sicht macht dieses Falling-Redge auf jeden Fall Sinn. Auch wenn wir Energiekrise haben, das sollte sich alles Richtung Sommer dann beruhigen. Dann ist wieder so ein bisschen Sommerlochzeit. Und natürlich auch das mit dem zweiten Halbjahr, muss man auch dazu sagen. Zweite Halbjahr war deutlich, deutlich bulliger. Wir sind über 31.800 US-Dollar gekommen. Also was das anbelangt, muss man schon sagen, hat ganz gut getroffen. Eigenlob stinkt. Was dann aber natürlich auch noch dazu kommt, ist ja nicht nur die ganzen Preisdaten, die jetzt dann so langsam aber sicher fürs nächste Jahr dann eingepreist werden und deutlich zurückgehen sollten. Wir haben natürlich auch noch CBDCs. Und das ist meiner Meinung nach so ein Ding, was nächstes Jahr immer mehr, sag ich mal, ins Fahren kommen wird. EU macht Testphase, USA macht Testphase. Überall werden CBDCs langsam aber sicher, sag ich mal, normale Währungen ablösen. Beziehungsweise wird es das halt alles nicht mal in Papierform geben, sondern alles digitaler. Noch mehr Überwachung, noch mal jeder weiß, wo deine Ausgaben hin sind. Was weiß ich. Das wird auch alles, meines Erachtens, nächstes Jahr ein riesengroßes Thema einfach werden. Da könnt ihr euch natürlich auch, jedes Land oder sehr, sehr viele Länder arbeiten einfach daran. Man mag halten, was man davon will. Ich bin da absolut gegen, also gegen sowas. Ein Knopfdrucker, du hast einfach 100 Millionen mehr, du musst den Scheiß nicht mal drucken. Du hast das alles digitaler, du hast Überwachungen, du koppelst einfach nur noch alles an so eine CBDC ran. Ich bin einfach kein Fan davon. Aber das wird nächstes Jahr immer, immer mehr kommen. Und natürlich auch mehr Regulierungen. Was natürlich einerseits positiv ist, es gehört reguliert. Wir hatten diese ganze FTX-Scheiße. Wir haben Binance-Fat, der jetzt aktuell zum Beispiel wieder raus ist. Es gehört, der ganze Kryptomarkt meines Erachtens ist einfach reguliert. Es gehört einfach dazu, damit sowas wie FTX, wo ein Haufen Leute ihr Geld verloren haben, einfach nicht mehr passiert. Muss man aber auch dazu sagen, ist ja jetzt auch so vorangeschritten. Also mit dieser Regulierung etc. pp. Wir haben FTX verurteilt. Jeder damals, ja, ist alles safe und so. Auch die US-Regierung. Mittlerweile verklagt die SEC. Das ist ja auch so ein Ausblick für 2023 gewesen, dass immer mehr Regulierung kommt. Wir haben Binance, was jetzt, ja, jetzt erstmal vom Tisch geschmissen wurde. So fair muss man sein. CZ zurückgetreten und sowas. Wir haben Anklagen gegen Kraken, gegen was weiß ich was alles. Also da läuft schon einiges, was wir damals besprochen haben. Und ein bisschen in die richtige Richtung, aber dieser ganze CBDC-Kack, glaube ich, zieht sich auf jeden Fall bis 2025, 2026. Und das sind für mich immer noch die entscheidenden Jahre für Krypto. Jeder Scheiß gehört meines Erachtens nach, was börsenmäßig, wo ein Haufen Kohle hinterher liegt, nicht zentralisiert. Sorry, das war jetzt ein falscher Begriff. Einfach ein bisschen reguliert. Dass man weiß, okay, wer sind die Personen dahinter? Dann wird da sauber gearbeitet und wird nicht mit dem Geld irgendwelche Zwei-Zimmer-Appartments in den Bahamas gekauft und das als Firma ausgegeben. Sowas meine ich halt einfach. Das gehört einfach reguliert. Und das können wir natürlich auch für den Kryptomarkt, weil CBDC ist ja angesichts Anti-Krypto, muss man ganz ehrlich dazu sagen. CBDC ist der eigene Weg für eine eigene Kryptowährung. Nur da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister mit diesem ganzen CBDC. Manche sagen, jo, ist doch gar nicht so schlimm und sowas. Das hatten wir auch schon übers Jahr immer wieder mal so ein bisschen Diskussionen, auch im Livestream und sowas. Ich sehe die ganze Sache immer noch extrem kritisch. Wenn CBDCs kommen und die werden kommen, könnte das negative Auswirkungen natürlich auch auf den Kryptomarkt haben. So fair muss man das natürlich auch beurteilen. Weil was ist es, wenn du ein Konto zum Beispiel bei der Zentralbank hast, du willst aber Krypto kaufen? Dann sagt die Bank, nö, machen wir nicht und sowas. Also das wird, das hat 2023 angefangen immer immer mehr zu kommen oder 2022 schon. Da wird noch viel, viel mehr kommen. Ergänzt Bitcoin, also gegen Bitcoin. Und da wird es nächstes Jahr, denke ich, nochmal extrem, extrem spannend werden, wie das alles weitergeht. Wir haben diesen ganzen Umweltfad, der immer noch da draußen oben reißt wird. Ja, Bitcoin ist so umweltfreundlich. Das spielt natürlich auch alles mit. Meint ihr wirklich, das hier ist alles viel, viel besser? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ich verbrauche wahrscheinlich noch mehr Energie als Bitcoin oder sonstiges. Aber da wird schon noch einiges nächstes Jahr anstehen. Also auch wenn wir hier, ich habe jetzt einfach mal so ein Artikel rausgesucht, da gehen wieder Leute von, ich rechne von 100, 300, wahrscheinlich um die 150.000. Wenn ich sowas schon wieder sehe, keiner weiß es, keiner weiß es. Ganz ehrlich, meine Prognose, ich wäre froh, wenn wir nächstes Jahr vielleicht gegen Ende des Jahres die 100k kratzen. Wir haben dann 2024 erst das Halbing. Gut, das war ein bisschen übermütig mit den 100.000 US-Dollar. So weit sind wir nicht gekommen, aber ich meine, wir kratzen an der 40k. 100% gemacht, was will man mehr? Halbing kommt noch. Also es dauert natürlich auch noch ein bisschen. Wäre möglich, wenn die Fed ihre Zinsen senkt, wenn wieder mehr Geld in den Markt gepumpt wird. Ihr müsst euch vorstellen, Wahlkampf beginnt dann auch langsam, aber sicher wieder. Ja, es ist wieder so weit. Ja, zieht sich, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe eher mit Wahlkampf gerechnet. Natürlich Trump, Biden läuft schon ein bisschen so. Aber so richtig in die heiße Phase sind wir da noch nicht gekommen. Aber das kommt alles nächstes Jahr. Das könnt ihr natürlich auch alles noch mit da reinspielen. Und da sehe ich dann eher so, deswegen auch so eher so zweite Hälfte, die erste Hälfte wird noch ein bisschen auch mit den ganzen Beinen in so ein FTX, bis sich das alles ein bisschen beruhigt hat und so. Glaube ich zwar, okay, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir vielleicht den Boden jetzt im vierten Quartal, wie ich schon vor Monaten gesagt habe, bilden könnten. Gehe ich weiterhin einfach davon aus. Jo, ist auch so gekommen. Also Boden, das habe ich aber Anfang 2023 schon gesagt. Anfang 2022, dass ich eher davon ausgehe, dass sich 2022 im vierten Quartal der Boden bildet. Also hat er eigentlich auch gepasst. Dass das ein möglicher Ausblick sein könnte, dass dieser Boden dann jetzt mittlerweile entweder... Hundertprozentig weiß man es natürlich nie, das muss man auch dazu sagen, aber hat schon gut gepasst. Wenn er schon gefüllt ist oder in den nächsten zwei Wochen noch gebildet wird, je nachdem, der Fad ist schon wieder groß und die Aussichten jetzt noch nicht so bullisch, haben wir uns ja gerade charttechnisch ein bisschen angeguckt. Es lässt alles ein bisschen nach, was dann natürlich noch in die Karten spielen würde. Okay, wir hätten noch Frieden in der Ukraine, dann hätten wir komplett... Damit rechne ich 2025. Äh, 2024. Aber dazu dann in einem anderen Video ein bisschen mehr. Bullische Daten überall, Inflationen sinken, die fett senkt ihre Zinsen. Das spielt dann alles wieder rein. Das werden so ein Haufen bullischen News, die ich dann aber erst so gegen, ich sage jetzt wirklich mal zweites, eher drittes Quartal dann wirklich erst erwarte. Ich glaube, die ersten Monate werden einfach noch ein bisschen holprig. Vielleicht mit ein paar Fake-Outs nach oben, vielleicht mit ein paar Fake-Outs nach unten oder so. Aber da kommt nächstes Jahr eine Menge. Dieser ganze CBDC-Kack ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen das, wo ich ein bisschen mehr Wert drauf legen werde. Natürlich auch ein Blick auf den Immobiliensektor, der ja auch noch kritisch ist. Und ihr müsst euch denken, wir haben ja immer wieder drüber gesprochen, der Immobiliensektor wundert mich, ehrlicherweise. Was mir mehr Sorgen macht, ist mittlerweile so ein bisschen so diese ganze Kreditabteilung in den USA, weil die Leute ihre Kreditkarten mit Kreditkarten zahlen und diese wiederum zahlen sie mit Kreditkarten. Das ist, muss ich mal vielleicht noch eine Ding raussuchen, eine Grafik, aber die Leute überschulden sich immer, immer mehr. Und der Immobilienmarkt lebt auch. Sprich, Inflation, der Inflationspeak kommen immer zwei. Das heißt, wir hätten jetzt den ersten Inflationspeak, haben wir jetzt hinter uns, sehr wahrscheinlich wird dann auch noch weiter sinken. Und dann geht das ganze Spiel wieder im Endeffekt von vorne los. Wir senken die Zinsen, wir drücken wieder einmal das Geld. Dann kommen die Arbeitslosendaten, die noch dazukommen, die wahrscheinlich den Kurs noch mehr beeinflussen werden, meines Erachtens nach, weil einfach die Arbeitslosenzahlen wahrscheinlich noch mehr steigen. Es wird jetzt schon entlassen, die ersten Entlassungswellen rollen schon. Die Firmen, hat auch gestern Paul gesagt, halten aber noch an ihren Personen fest, weil es einfach schwer war, die zu bekommen. Die Frage ist, wie lange kann man sich eben die leisten in Zeiten von Inflation, wo die Preise extrem hoch sind und die Leute müssen auch von was leben, die Leute müssen ihre Häuser zahlen. Und das ist dann so dieser nächste Punkt, den ich ja auch... Ah, da weiß ich nicht, ne? Aber das ist das nächste Ding, was einfach anrollen wird. Das sagen die Hypothekenzinsen, das sagt der komplette Immobilienmarkt und das ist halt nicht so... Das ist für mich diese große Ungewissheit. Die würde ich auch noch nicht abschreiben, aber es hält sich überraschenderweise, also ich hätte wirklich damit gedacht, dass da ein bisschen mehr passiert, aber überraschenderweise hält sich dieser ganze Immobiliensektor und Arbeitsmarkt noch relativ stabil. Aber wir wissen ja auch, ne, Grafiken oder Prognosen oder Statistiken, vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ne, oder was weiß ich. Wie in Deutschland, wir haben hier Zuwanderung, wir haben sowieso einen knappen Bonusmarkt, da müssen wir uns nicht so Gedanken machen, sag ich jetzt einfach mal. Aber USA ist nochmal ein komplett anderes Thema, da leben die Leute von Kreditkarten, von Kreditkartenschulden, die zahlen ihre Kreditkartenschulden mit einer anderen Kreditkarte und das geht immer so weiter, ne, es gibt Leute, die haben teilweise 25 Kreditkarten und zahlen davon jeden Monat ihre Rechnungen, ne. Wenn das System kippt, dann gibt es richtig. Die Frage ist nur, kann die FED rechtzeitig dagegen steuern für den Immobilienmarkt, für niedrige Zinsen und dann haben wir das gleiche Spiel wie vorher. Es wird wieder Geld en masse in den Markt gepumpt, die Kurse steigen wieder, BTC steigt wieder und dann geht der zweite Inflationswelle los. Wir kriegen dann wieder steigende Inflation, wieder ein halbes bis dreiviertel, ein Jahr vielleicht weiter höher. Das denke ich immer noch, dass diese zweite Inflationswelle statistisch gab sie immer und ich glaube oder rechne immer noch damit, dass diese auch noch kommen wird. Das ist so meine Aussicht, so Richtung 2023, aber das eher 2024, aber es steht einfach viel an. Es wird sich zeigen, welche Börse noch überlebt, welche Shitcoins noch überleben für mich. Shitcoins sowieso erst einmal tabu. Ich habe nur glaube ich 1% oder so in irgendwelche Shitcoins einfach mal zum Gamblen investiert. Der Rest ist 73 oder 75% mittlerweile sogar Bitcoin einfach. Daran hat sich nichts geändert. Wobei man sagen muss, die BTC-Bestände sind ein bisschen mehr gestiegen. Also ich würde da jetzt sogar schon in die 80%-Region gehen. An den Shitcoins, ihr kennt mein Portfolio, beziehungsweise wie es aufgebaut ist, 1% sind Shitcoins, wobei die teilweise jetzt durch in Anführungszeichen Bullrun jetzt mal wieder ein bisschen mehr gewichtet sind. Altcoins auch und sowas, aber an der Statistik hat sich nichts geändert bei mir. Ich bleibe weiterhin 70, 80% locker in Bitcoin. Holt euch einen Ledger, holt euch eine Bitbox, holt euch alles aber nochmal hier die Warnung einfach. Zieht euer ganzes Geld von den Börsen ab. Auch Binance gilt immer noch. Und Binance sowieso. Also würde ich sowieso abziehen. Auch wenn ich es vor kurzem noch gesagt habe, Binance einigermaßen safe. Wenn Binance fällt, fällt alles. Wenn euch das ein bisschen zu viel... Würde ich jetzt gar nicht mehr so behaupten. Also vor einem Jahr sah das Ganze mit Binance noch ein bisschen anders aus, aber mittlerweile würde ich sagen, wenn Binance fällt, fällt nicht unbedingt mehr alles. Binance ist jetzt in den USA, Handelsniveau und sowas absolut down. Aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt eine Mütze bestimmen. Entweder Börser wechseln, was ich aber jetzt auch nicht unbedingt empfehlen würde, eher dann auf einen Ledger, auf einen Hardware-Wallet und sonstiges. Ledger, Bitbox, Tange, sucht es euch aus, aber zieht euer Scheiß-Geld oder eure Coins von den Börsen ab. Keys, Not Your Coins, das gilt auch für 2023 und das wird wahrscheinlich dann noch mehr vielleicht treffen. Vielleicht kleinere Börsen, gibt ja auch immer noch so Spekulationen, Gate.io und sowas. Einfach sowas, vor allem von so... Da bin ich weiterhin kritisch. Gate.io und sowas, das sind immer noch so Börsen, wo ich null vertraue. Kleinen Börsen weg. Wenn Binance fällt, dann fällt alles. Bin ich immer noch der Überzeugung. Und da bin ich nicht mehr der Überzeugung. Aber die ersten, wie gesagt, drei bis sechs Monate wird, denke ich, nochmal Seitwärtsphase, vielleicht sogar Dampfphase nochmal werden, was da vielleicht noch für News kommen. Aber ja, das ist einfach nur so mein kleiner Marktausblick hier. Oh, jetzt machen die hier oben Krach, egal. Mein kleiner Marktausblick, wie gesagt, die ersten drei bis sechs Monate, sehe ich das alles ein bisschen noch kritisch. Und ich denke, dann das zweite halbe Jahr 2023 dann deutlich bonischer. Vielleicht gegen Ende des Jahres mit 100k oder so. Wer weiß. Schön wäre es gewesen. 40k reicht. Das wäre mein Wunschszenario und auch mein Top-Signal, sage ich jetzt einfach mal, auf dem Weg nach oben immer weiter ein bisschen Altcoins und Bitcoin natürlich verkaufen. Und ja, ich würde einfach mal eure Meinung interessieren. Was sagt ihr zum neuen Jahr? Seid ihr da... Ja, ich muss sagen, grundsätzlich stimme ich diesem Video oder ist es immer noch meiner Meinung nach richtig, dieses Video gemacht zu haben. Klar, es gibt so ein, zwei Punkte, vor allem mit dieser 100k-Prognose. Also, da hätte viel mitspielen müssen. Zinsen senken, alles mega bullisch. So war es nicht. Wir sind jetzt bei 40k. Das heißt, Prognose um 60% verfehlt, so gefühlt. Aber an sich bin ich zufrieden, was das Ganze anbelangt. Also, gut gelaufen das Jahr. Klar, wir haben den ganzen CBDC-Kack. Der wird immer weiterkommen. Keine Zinssenkung. Die werden nächstes Jahr kommen. Halving steht nächstes Jahr an. Also, da kommt schon nächstes Jahr sehr, sehr viel. Und ja, gerne mal eure Meinung dazuschreiben. Ich werde wahrscheinlich auch dieses Video dann machen für 2024. Steht ja jetzt kurz vor der Tür. Wird einiges anstehen. Aber, wie gesagt, kurzes Review dazu. Und ansonsten bleibt mir jetzt ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wie gesagt, gerne mal eure Meinung schon mal reinschreiben fürs Jahr 2024. Und ja, wie ihr diesen Ausblick fandet. Das war es von mir. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stick.